Einen wunderschönen guten Morgen meine Lieben, mein Name ist Jay aus dem Coptercafé. Wir fangen heute mit Curve USD an, der schon ein paar Mal drüber berichtet. Tatsächlich ist es jetzt endlich ausgerollt, aber noch nicht hundertprozentig. Es ist also auf der Mainnet ausgerollt, Ethereum und zum dritten, ich glaube zum vierten Versuch erst. Ja, die haben also im Live-Netz nochmal selbst getestet. Ich finde es gut, dass sie es nie so gemacht haben. Und ich denke demnächst vielleicht innerhalb einer oder zwei Wochen wird dann auch die Benutzeroberfläche, die für praktisch alle zugänglich sein wird, dazukommen. Nichtsdestotrotz, Curve USD, die Besonderheit dahinter ist diese YAMA, LLAMM, ein automatisch liquidierendes EMM. Was heißt das? Das heißt nichts anderes wie, ich meine, ihr kennt die CDP, so wie MakerDAO oder auch der MAI-Token und so weiter. Man legt eine gewisse Menge an Token hinter, ob das Ethereum ist oder USD oder sonst was und kann sich dagegen Stablecoin minten. Und wenn natürlich, sag ich mal, dieser Token, die man hinterlegt hat als Sicherheit, im Wert zu stark fällt und man seine ausgeliehenen Token nicht zurückgegeben hat, wird man liquidiert. Liquidiert heißt nichts anderes wie, eure Sicherheitsposition wird abverkauft gegen eure Schulden, damit eure Schulden insgesamt sinkt und diese Sicherheitsquote wieder steigt. Das ist im Normalfall bei fast allen so und das ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft für Leute, die sehr, sehr hohe, sag ich mal, Loan-to-Value-Quote rausnehmen für die Sicherheit und für Leute, die nicht so viel rausnehmen, natürlich ineffizient. Und was LLAMM an der Stelle machen, ist, die erlauben möglicherweise bis zu 90% CDP, bei MakerDAO sind die, glaube ich, 165% und bei MICE auch so ab 160-200%. Das heißt, bei 90% muss man natürlich eins durchteilen, das heißt, 110% kann man Pi mal Daumen Loan-to-Value reingehen, das ist dann sehr, sehr hoch. Und was passiert, wenn die Sicherheit im Wert sinkt? Dann wird im Hintergrund, weil das insgesamt sowieso bei Curve in den Pools läuft, wird so wie in normalen Pools auch der Token abverkauft, ganz langsam, stufenweise, also nicht auf einen Schlag und deswegen gibt es so einen Range, den kann man selber sogar festlegen. Das ist eine proprietäre Oberfläche, also wird vielleicht nicht exakt 1 zu 1 so herauskommen, aber man kann selbst so etwa festlegen, das ist praktisch der aktuelle Preis von dem Token, die man hinterlegt hat und das wäre praktisch die Zielzone, in der man theoretisch liquidiert werden kann und da das alles flüssig läuft, ist es natürlich so, wenn sich der Preis aus der Liquidationszone wieder herausbewegt, ja, wird die Position wieder normal aufgefüllt werden, was natürlich super interessant ist in dem Sinne, dass es nicht einfach so bleibt, ja, du wirst liquidiert, fertig, sondern es kann auch wieder aufgefüllt werden und das ist super spannend, aber wenn es tatsächlich komplett mit Oberfläche da ist, werde ich ja definitiv eine explizite, komplette Sendung dazu machen. Das zweite ist natürlich, ich meine, ich habe das nicht überprüft, aber wenn es tatsächlich so wäre, das ist in der Dokumentation von Curve drin, ja, haben die so ein Beispiel gemacht, ja, ich denke mal, das ist auch scherzhaft gemeint, ja, nämlich den Vogel und ich habe hier geschrieben, einen Vogel haben, ja, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes und zwar haben die geschrieben, naja, gut, man hat sich beschwert, dass unser Code zu komplex ist, ja, dass es schwer durchzublicken ist und unser Kommentar dazu ist mit dem Vogel vergleichbar, ja, ich lasse es euch einfach mal da und kommen wir zum nächsten, Rocket Pool, ja, Rocket Pool seit dem Atlas Upgrade, der tatsächlich ganz kurz nach dem Ethereum Unstaking Upgrade war, ja, ist natürlich ein großer Meinstein gewesen dafür, dass man eben mit 8 Is statt mit 16 Is schon reingehen kann, als Validator Knoten, also wenn man selbst Operator ist. Ich werde auch demnächst selbst Operator werden, wenn ihr daran auch Interesse habt, ja, in Form von Coaching oder auch, ja, zum Beispiel mit mir zusammen staken wollt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden oder einfach bei uns in den Discord kommen und mitreden. Also, Rocket Pool und was interessant ist natürlich, dass die bei sich ja aktuell schon mehrere tausend, ich glaube 2000, Pi mal Daumen, ja, Validatoren, die in der Warteschlange stehen. Ja, das ist einfach so, weil die, das sind Validatoren, die wollen selbst einfach nur 8 Is ausgeben, ja, um einen Validator Knoten zu betreiben, das funktioniert natürlich nicht, ja, das heißt, die restlichen 24 Is müssen ja irgendwo herkommen und das ist dieser Pool, ne. In diesem Pool gehen alle Leute rein, die nicht selber Node betreiben wollen, also Hardware-mäßig, sondern einfach, ne, an die RIs mit hineingeben wollen und dort die Rendite absagen wollen, so ähnlich wie, ne, STIs von Lido, ja. Und dieser Pool muss natürlich von Leuten aufgefüllt werden, die nicht selber staken wollen, Hardware-mäßig und, ähm, dieser Pool wird eben relativ langsam aufgefüllt, ne, weil nicht so viele Leute da reingehen, wie Leute, die tatsächlich Node betreiben wollen und diese 2000 oder 2500 wartenden Knoten, die werden Pi mal Daumen bei aktuellen Geschwindigkeiten, ja, in drei bis, zwei bis drei Wochen etwa abgebaut werden, insofern keine neue dazukommen, ja. Das ist die erste Warteschlange, ne, bei Rocket Pool, muss man bedenken. Es gibt dann noch eine zweite Warteschlange, denn wenn du tatsächlich dann dran bist, ja, in der Warteschlange von Rocket Pool mit deinen Noten loszulegen, ja, dann wird das Ganze natürlich auf die Chain von Ethereum weitergegeben und dort gibt es dann noch eine Activation Queue, also Aktivierungswarteschlange, denn dort muss man sich auch anstellen, ja, als, äh, Validator, der anfangen will, für das Netzwerk zu arbeiten und die dauert zum aktuellen Zeitpunkt auch nochmal ca. 7 Tage, ja. Ah, ich habe noch ein Bild eigentlich, habe ich vergessen, hier reinzupacken, mache ich auch noch. Ähm, ja, wie immer, alle Links, äh, zu den, äh, Tweets, über die ich spreche, ja, werde ich, äh, unter dem Video drunter packen, könnt ihr nochmal selbst gerne nachlesen. So, das Zweite ist, ähm, diese, ach, ja, das ist das Bild, habe ich ein explizites, ähm, Tweet dazu geschrieben und, äh, der Activation Queue ist auch interessant zu sehen, dass diese an der Stelle 12 Tage beträgt, also wesentlich länger aktuell schon fast das Doppelte, wie diese Withdrawal, ne, es gibt ja zwei Warteschlangen, einmal für die, die Validatoren, die aus dem, die sie am Netzwerk raus wollen und einmal für die, die rein wollen, ja. Und das, an der Stelle praktisch, die hinein, hinein wollen, länger ist, als sie die raus wollen, zeigt einfach, dass die Interesse erstens viel größer ist und zweitens natürlich die, die raus wollten ursprünglich, ja, das sind hauptsächlich von den zentralisierten Exchanges, aber Kraken, Coinbase, äh, Binance und so weiter, ja, dass die Schlangen mittlerweile abgearbeitet ist, oder größtenteils abgearbeitet ist, ja, und das deswegen, ja, kürzer geworden ist. Aber, und denkt dran, aber, ja, ich denke demnächst, sobald Lido bei sich das Unstaking ermöglicht hat, ja, die sind ja aktuell nur da dabei, da dran zu arbeiten, die müssen ja eigene Smart Contracts umsetzen, sobald das ermöglicht ist, gehe ich nochmal davon aus, dass diese Warteschlange für die Leute, die aussteigen wollen, ja, nochmal kurzfristig explodieren kann, weil viele Leute vielleicht an der Stelle, ne, von ihren Lido, weil ja, Token unten raus wollen, ja, Unstaking wollen, um zum Beispiel bei anderen Sachen wie, äh, Rocket Pool oder, ne, Stakefire, wie die alle heißen, reingehen zu können. Ja, das ist, äh, Ethereum Staking, kommen wir zum nächsten, das ist das superinteressante, das hatte ich tatsächlich auch vor, ich glaube, drei, vier Wochen, kurz vor meiner China-Reise, habe ich das auch schon gemerkt, da gab es auch so ein, so ein, ja, das ist nur noch nicht mal ein Bug, sondern so ein Glitch, ne, in dem Bitcoin, äh, Ordinales Netzwerk, ja, das Ordinales ist natürlich, ne, wie ich schon beschrieben habe, kein Smart Contract, sondern da packt man einfach, ne, gewisse Daten in dieses Witness-Block von den, äh, in Bitcoin, ähm, Chain hinein, ja, der nicht von der Chain selbst interpretiert wird, ja, im Vergleich zu Ethereum. So, und gestern ist nämlich auch etwas passiert, da hat jemand versucht, ein Ordinales zu schreiben, ja, also, ne, zu inscriben, so, wie man das im Wachstang noch nennt, und, ohne aber einen eigenen, ähm, Sat dazu zu geben, normalerweise musst du natürlich, ne, Sat dazu geben, und auf diesen Sat, was du dann praktisch, ne, mit den Witness-Block-Daten im Hintergrund gepackt hast, wird dann, sozusagen, das Ding hinein, ähm, graviert, sozusagen, ja, in diesem Sat. Aber da da keins dazu gegeben hat, wurde das allererste Sat bei dem Miner genommen, ja, und dort drauf das hinein, äh, inscribt, ja, und da gibt es halt eine Diskrepanz in dieser Indexierung, weil der Index ist etwas, was nicht auf der Chain läuft, sondern auf Chain passiert, ja, da wird praktisch einfach nur aufgezeichnet, ja, die Nummer von dem, ne, diesen Sat, wo diese Inscription stattfindet, die ist ja mittlerweile bei 3 Millionen und noch was. Und diese, diese Nummer an sich ist erstmal komplett unbedeutend, ja, das ist einfach nur eine Zählung, man kann auch selber, ne, ich könnte auch selber einen Index aufstellen und in Zweierschritte gehen, oder in, äh, Hex, also in 16er Schritte gehen, oder sonst was, ja. Das ist einfach nur etwas, was oft geschaffen worden ist, um diese, praktisch alle Inscription, alle Ordinales zu zählen, ja, nichts anderes. Und darüber haben sich jetzt die Bitcoin-Maxis super geschwert, äh, nicht beschwert, aber, ne, lustig gemacht, ha, 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 euer Ding, ne, das ist total zum Fail, äh, verdonnert, ja, das Ding kann auch nicht mal richtig zählen, und, ja, hier, die ersten Bugs kommen schon auf. Also, also, ich finde Ordinales eine richtig gute Sache. Erstens, ähm, macht das, bringt das Bitcoin tatsächlich wieder in die Aufmerksamkeitszone, ja, das ist, äh, einfach so, ne, in der Historischen, das Einzige, womit man geworben hat, war, ne, Inflationsschutz und, äh, HODL und, äh, ne, diese, diese Hard Money, ja, alle, das härteste Währung der Welt, aber das ist halt total unspannend, ja, und du kriegst halt heute keine Leute dazu, du sagst, hey, ja, willst du dich gegen Inflation schützen, ja, hier, kauf mal Bitcoin, vor allem, da haben wir jüngere Leute, ja, die, die haben kein, ne, die haben keine Ahnung und auch keine Idee davon, und was sie überhaupt mit Inflationsschutz machen sollen, ja. Aber mit sowas, ja, wo du sagst, hey, du kannst, ne, dein Foto oder sonst was, ja, oder, ne, was du gemalt hast, auf die Bitcoin-Blockchain bringen und das für alle Ewigkeit, für Ewigen, das ist etwas, wo man Leute reinkriegen kann, ja, wo man Leute dafür, davon, ähm, Aufmerksamkeit machen, aufmerksam machen kann, und, äh, aber so gesehen, definitiv eine gute Sache. Kommen wir zum nächsten, ähm, wir haben Aztek, Aztek habe ich auch selbst sehr oft genutzt, ähm, mit DK Money, leider wurde es eingestellt, ja, mittlerweile kann man nur noch auszahlen, aber nicht mehr, äh, hineinzahlen und es benutzen, aber, ähm, die sind auf jeden Fall dabei, das haben die damals auch ankündigt, als sie es eingestellt haben, und, äh, da bin ich auch super drauf gespannt, denn, das ist kein einfacher CK Rollup, ja, man muss, man muss sehen, vorher das CK Money, das ist einfach nur ein Smart Contract basiertes, CK System gewesen, ja, womit man praktisch Privatsphäre erhalten kann, um von Wallet A nach Wallet B etwas zu transferieren, ohne, dass irgendjemand, außer man selbst, das nachvollziehen konnte, ja, das war einfach nur ein Smart Contract Lösung, aber das ist keine eigene Blockchain gewesen, ja, so, und, ähm, jetzt ist es natürlich so, dass die tatsächlich eine eigene Rollup-Lösung bauen, so wie zum Beispiel aktuell CK Sync, ja, oder auch das CK EVM von Polygon, ja, und die Besonderheit bei deren CK Blockchain, also Rollup-Lösung ist, das hat zwei unterschiedliche Modi, ja, ich denke, das ist flüssig ineinander integriert, nämlich die ganz normale, ne, Private Version, ja, wo jeder für sich praktisch privat ist, so wie der CK Money vorher auch, ja, aber auch gleichzeitig Public, ja, so wie auf Ethereum kann man auch theoretische Transaktionen transparent machen, ja, für alle anderen, und, äh, das ist zum Beispiel, finde ich, eine sehr interessante Lösung, denn das wurde zum Beispiel auch 2021, und, ähm, ich weiß nicht mehr, wer das war, da gab es auch eine andere Blockchain, die genau diese Feature in der Blockchain schon beinhaltet hat, ja, nämlich, dass man optional etwas transparent machen kann, ja, oder eben auch privat, und das ist natürlich vor allem, sag ich mal, in Ländern, wo es, sag ich mal, für den Fiskus von großer Bedeutung ist, dass die alles nachvollziehen können, ja, nicht nur auf dein, ne, Excel-Sheet oder sonst was, von großer Bedeutung, ähm, dass man diese Switch hätte, ja, für Public oder Private. So, kommen wir zum nächsten, ähm, wir haben hier auch Leute, ja, das ist auf Twitter nichts anderes, muss man einfach bewusst sein, wenn man auf Twitter unterwegs ist, es gibt sehr viele Leute, die, ne, anhand großer Leute oder großer Namen versuchen, so Trittbrettfahrermäßig Aufmerksamkeit zu gewinnen, ja, und diesmal geht es eben darum, um ZeigXPT. Der hat etwas geschrieben, das ist tatsächlich von ihm, ja, dass er angefangen hat, in einem Multisig für einen Shitcoin, also einen Meme-Coin, der praktisch von vornherein nicht wirklich so angedacht war, wie es gedacht war, ja, eingetreten. So, und jetzt hat dieser Influencer, ja, der auch eine gewisse Reichweite hat, hat gesagt, ZeigXPT ist das Letzte, was es gibt, ja, der hat sich einen Ruf aufgebaut, der Aufmerksamkeit aufgebaut, bei euch, nur damit er jetzt letztendlich euch ruggen kann, so. Und man, selbst wenn man überhaupt nichts vom Hintergrund weiß, ja, muss man einfach überlegen, macht das überhaupt Sinn, ja, der Mensch, ZeigXPT hat zwei oder drei Jahre gearbeitet, ja, ohne dass jemand weiß, wer das ist, und nur Gutes geleistet hat, die ganzen Verbrecher, also nicht ganzen, aber sehr, sehr viele Verbrecher und auch Banden aufgespürt, und die tatsächlich auch durch seine Arbeit, ja, super easy durch Gerichtsverfahren dann verurteilt worden sind, ja, und ohne dafür, ja, irgendwelche Geld zu nehmen, der hat nur ein Spendenkonto gehabt, so. Das ist das Erste. Und zweitens, wenn der wirklich ruggen wollte, ja, so mit deinem Können, warum soll der ein Multisig machen, ja, wo mehrere Leute signieren müssen, damit eine Transaktion gemacht werden kann, und dann das auch noch öffentlich bekannt geben, das macht dann halt so fast von null Sinn, ja, und der Hintergrund ist einfach nichts anderes, wie, der hat auch selbst geschrieben, der wollte ja gar nichts dabei machen, ja, das ist ein Token, wobei die Leute eben, ja, ins Klo gegriffen haben, ja, und da haben die Leute gebeten, hey, sag XBD, kannst du da bitte mitmachen bei den Leuten, weil wir vertrauen den Leuten nicht, dich vertrauen wir, weil du bist ein E-No und du hast einen Track Record, dass du nur Gutes geleistet hast, und wir wollen, dass du in den Multisig drin sitzt, damit du dann die Transaktion freigibst, ja, damit nicht mehr wieder diesen weiteren Rucksum so mit dem Token gemacht wird, und da hat er auf Bitte der Community dann gesagt, okay, ich will das eigentlich gar nicht machen, ich will auch nicht dafür bezahlt werden, aber, na, weil ihr das unbedingt wollt, gehe ich da in den Multisig rein und signiere die entsprechenden Transaktionen, wenn die gemacht werden müssen, ja, und das ist, ne, die komplette Sache, und, ja, eben vom Influencer missbraucht. Kommen wir zum nächsten, wir haben, ja, ich hab, ich mein, ne, ist ja mittlerweile auch breit genug getreten, ich werde da auch nicht nochmal drüber berichten, und zwar FactorDAO, ja, die haben ja, die machen heute immer noch, tralala, große, ne, V2-Werbung, was demnächst kommt und so, wenn man sich die Seite anguckt, ja, braucht man gar nicht auszuprobieren und sich connecten und vor allem, äh, da, da passiert nichts mehr, ja, bin ich 100% sicher, 99% sicher, 100% gibt's nicht, aber, und das ist das Lustige, es gab Vorwürfe vor einigen Monaten, dass FactorDAO praktisch den Code von Spoolfy geklaut hätte, ja, und dann einfach einfach da drauf, ne, selber, ja, eine Oberfläche gepackt hätte und, das Ganze, ja, verkauft hätte, als hätten sie es selbst gemacht, also nicht irgendwo geforkt und so. Ich mein, das Forken an sich ist, ist überhaupt nicht schlimm, das ist der Basis von Krypto, ja, warum sich Krypto so schnell entwickelt, ist eben, weil fast alles Open Source ist, vor allem die guten Projekte und die anderen Projekte davon eben lernen können, ja, erstens natürlich, ja, wie Code geschrieben werden, wie optimiert werden kann und so, und dann zweitens eben da drauf basierend selber, ne, Sachen entwickeln kann, ja, und, da an der Stelle zu sagen, ne, wir haben das nicht geforkt, wir haben das selber gebaut, ja, das ist, ja, also total stupide und das Zweite ist natürlich, ja, ähm, wenn man sich mal Spoolfy, die sind ganz still und leise gelauncht, ja, und das Interessante ist, wenn ihr auf Twitter geht und einfach nach Spoolfy sucht, gibt es nicht viel, ja, das meiste ist nur einfach von dem eigenen Kanal, die schreiben ab und zu Post, ja, das war's, es gibt ein, zwei andere Leute, die ab und zu drüber reden, das sind auch keine Influencer, so wie ich, ja, zum Beispiel auch, und, äh, das ist schon aus meiner Sicht der richtige Weg, den man gehen sollte, wenn man tatsächlich ein gutes Produkt hat, wo man nicht weiß, hat es ein Produkt-Market-Fit, also, ne, hat es einen Platz in dem gesamten Markt, wissen wir nicht, also, ne, launchen wir es und dann gucken wir, wie das sich entwickelt und das ist, also, bei der Sicht definitiv der bessere Weg, als, ne, viel Marktgeschreie zu machen, um am Ende des Tages nichts zu liefern und, äh, die haben mittlerweile tatsächlich 12,6 Millionen TVL schon, ja, trotzdem, also, guckt es euch an, da sind einige Pools dabei, die mittlerweile ein bisschen interessanter werden, vorher, die, äh, von den 60 Pools sind vieles dabei, die haben nur einfach verschwindend geringe Rendite, wo es sich nicht lohnt, ja, das ist so etwas Ähnliches wie, ähm, äh, sag ich mal, wie sagt man es, ähm, spezieller Index, ja, die aus bestimmten Strategien oder bestimmten Token zusammengeaufgebaut wird, ganz normal in dem, in der einfachen Form wie, ne, GLP oder so, macht das halt nicht wirklich viel Sinn, ja, weil da gibt es schon genügend große Produkte, aber, wenn man tatsächlich spezielle Strategie integriert und so ähnlich wie, zum Beispiel, Cyan und Code das schon als automatische Strategie schon führen, da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass letztendlich mit der Kombination, dass es mit Basket, praktisch von Token arbeitet, eine gewisse, äh, äh, Reife erreichen könnte, ja, das ist Spoof, wir kommen zum nächsten, wir haben, äh, bei Bitcoin, ja, äh, und ESA war doch, ich habe darüber auch schon vor ein paar Monaten berichtet, da war das, äh, nur als Gesetzesvorschlag, und hier wurde tatsächlich, äh, durchgegeben, also durchgereicht, und, äh, als letzte Instanz von Präsident aus signiert, und, also praktisch ist es jetzt gültig als Gesetz, nämlich, dass alle innovativen und Tech-Unternehmen dort keine Steuer zahlen müssen, für, ähm, also Einkommen, Einnahmen, ja, für Eigentums- und, Kapitalerträge und für Importe, die sie mit Bitcoin bezahlen, und das soll natürlich sowohl der Handel, als auch natürlich die Investitionen antreiben, die in das Land hineingehen, ne, und wenn ihr tatsächlich sagt, hey, das wäre für mich sowieso, ja, etwas, was ich überlegen wollte, ausziehen nach Deutschland, aus Deutschland, woanders hin, ich meine, muss man immer trotzdem sehen, dass Elbertal war, immer noch ein sehr, sehr armes Land ist, ja, und dass da, sag ich mal, die insgesamt, die Lebensqualität viel, viel niedriger ist, als sehr, sehr viele andere Industrieländer, und dass sie natürlich ein Land ist, was sehr hoch verschuldet ist, das heißt, die versuchen hier natürlich, ne, das Beste draus zu machen, was es gibt, aber, also ich meine, wenn man wirklich auch nur auf Bitcoin leben würde, oder wollte, gibt es natürlich bessere Länder, als El Salvador, zum aktuellen Zeitpunkt. So, kommen wir zum nächsten, Bubble Maps, ähm, hat mir auch schon ein paar Mal Leute empfohlen, habe ich auch nie bislang wirklich benutzt, aber, ähm, aktuell vor allem bei den Meme-Coins das ist sehr interessant zu sehen, ja, nämlich auf einen Schlag, ne, man muss nicht verstehen, man muss nicht auf die, äh, ISA-Scan gehen, oder so, ne, um selbst alles zu überprüfen, sondern hier kann man eben sehr, sehr leicht, ja, denkt dran, das sind auch nur Zahlen, ne, die dahinter stecken, die können auch manipuliert werden, ein Wal kann auch einfach selber, ne, per Skript 100 Wallets erstellen, und dort jeweils, ne, ein, ähm, ein Prozent der Token hineinverteilen, dann würde man es auf der Map nicht wirklich sehen, wenn die nicht miteinander interagieren, ja, aber was man auf jeden Fall sieht, ist wie viele die große Wallets gibt, die sehr viele Token haben, und natürlich welche Wallets alle miteinander in Verbindung stehen, ne, das ist natürlich, äh, sehr interessant, vor allem diese Klumpen, ja, von Wallets, dass die auf jeden Fall miteinander zu tun haben, das zeigt zumindest, das könnte zwar Insider sein, oder Influencer sein, die von vornherein dabei waren, und hier haben wir auf jeden Fall die drei Token, PP, und, äh, das ist der zweite, der PP, der tatsächlich sehr gut verteilt, und der dritte ist Bob, ne, Bob ist nicht dieser ZK-Bob, den ich beschrieben habe, dieser Stable-Privacy-Coin, sondern anderen, ähm, Meme-Bob, und das erste hier ist Turbo, ja, Turbo ist aktuell auch auf Twitter extrem gehypt, und, äh, ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich, und kommen wir zum nächsten, wir haben, ja, DeFi-Darlehen, ähm, interessant ist tatsächlich, also wenn ihr bedenkt, vor allem jetzt in der Hochzinsphase, wenn man in der realen Welt bei einer Bank irgendeine Darlehen nehmen möchte, oder sein Dispo benutzen möchte, ja, da benutzt, da zahlt man 10, 18, 20 Prozent an Zinsen, ja, das ist absolut unnötig, ja, wenn man einen Krypto-Zugang hat, ne, dann, in diesem Fall einfach über CDP, ja, wie wir eben beschrieben haben, entweder MakerDAO, oder bei Mai, oder, äh, LUSD, in diesem Fall Liquidity, ja, etwas Minden, also Stable-Coin Minden, also Sicherheit hinterlegen, Stable-Coin Minden, mit dem Stable-Coin in die reale Welt gehen, und das, äh, für ausgeben, wofür man ausgeben will, ja, ob das, statt bei der Bank die 20 Prozent an Zinsen da zu lassen, und der Zweitens, wenn man tatsächlich zusätzlich noch, in Kombination mit Pendel, oder mit so anderen Produkten, dieser Yield, im Future Yield, arbeiten würde, da müsste man noch nicht mal an der Stelle Zinsen zahlen, denn die Rendite, die an der Stelle anfallen, würden automatisch die Zinsen, die man zu zahlen hat, mit der Zeit abbezahlen, und, ne, man kommt am Ende des Tages, also Laufzeit, mit einem Originalkapital wieder heraus, ohne jenlichen Zins bezahlt zu haben, und das sind alles Sachen, die man, ne, in der traditionellen Welt eben nicht findet, solange man, sag ich mal, nicht Multimilliardär ist, und, ne, gewissweise bei den Banken, viel besseren Konditionen bekämen, und, ja, ähm, kommen wir zum nächsten, nämlich zur Feier des Tages, ja, ich habe mir tatsächlich das auch selbst gemintet, denkt dran, das ist auf Ethereum, das ist relativ teuer, da muss man einfach ein bisschen Auge auf die Gasfees haben, ja, und, äh, ich glaube, ich habe 18 Dollar oder sowas bezahlt an der Stelle, ist einfach zur Feier von ENS selbst, also, das ist ein Po, Po-Up, Po-Up, also, so eine Art Teilnahme, ja, ähm, Medaille oder Schein, wie man das nennen mag, äh, ist für den Wallet selbst gedacht, und, fand ich interessant, wenn ihr tatsächlich sagt, hey, ENS, ja, das ist etwas, was groß werden könnte, und, das nehme ich mit, genauso wie damals, vor allem bei Merch, ja, gab es auch so solche Po-Ups gewesen, und, ja, kommen wir zum nächsten, wir haben, ja, eine ziemlich kontroverse Sache, deswegen habe ich ganz am Ende es hingepackt, es geht nicht um, äh, Gitcoin, ja, Gitcoin war, habe ich auch auf meinen Sender sehr oft drüber besprochen, das finde ich, eine sehr tolle Institution, die natürlich durch Spendengelder, ja, vor allem von großen, aber auch vor allem von den kleinen Leuten leben, ja, und, die haben halt so ein Quadratic Funding System, ja, wo man sagt, hey, Projekte, die viel, ne, Zuspruch haben, von unterschiedlichen Leuten, ja, statt von, sag ich mal, ein oder zwei VCs, ja, die viel, viel Geld reinstecken, die bekommen von uns mehr Geld zugeteilt, als, ne, Projekte, die nur von VCs gefundet werden, weil die Interesse sehr konzentriert ist, ja, an einer Stelle, die bekommen an der Stelle weniger Funding, das ist also ein sehr interessantes Prinzip, finde ich, in der Vergangenheit, das hat sich auch gut, sehr, sehr gut bewährt, vor allem für Produkte oder Projekte, die sehr, ne, sehr breit angelegte Interessengruppen hatten, die Leute, die es nutzen, ähm, da drin sahen, und so weiter, so, ähm, und da das Ganze insgesamt sehr neutral, bislang gewesen war, ja, bis auf ein, zwei Ausnahmen, war es auch kein Problem, und jetzt ist das natürlich so, dass die eine ganze Runde gestartet haben, wo die gesagt haben, hey, wir nehmen eine extra Runde nebenbei, ja, wo wir die diversifiziert, diversi, ja, diese diverse Dingsbums da, ähm, ne, eben fanden, und zwar, wenn ihr eben, äh, seltene, ähm, Gruppen seid, ja, also, äh, Personengruppen, oder, z.B. diese LGB, wie die alle heißen, ja, und, ähm, natürlich, ne, euer Hautfarbe ist von Großbedeutung, und natürlich, äh, ob ihr behindert seid, ja, oder eine Schwerbehinderung habt, ja, wenn ihr diese, ne, ähm, Kriterien erfüllt, und dann in ein Projekt involviert seid, dann wird diese Projekte von uns ausgewählt, ja, um gefandelt zu werden, und das ist totaler Schwachsinn, aus meiner Sicht, ja, es gibt immer Bevölkerungsgruppen, die benachteilig sind, ja, das ist einfach ein soziales Phänomen, oder politisches Phänomen, wie auch immer, ja, und da, da dran ist auch, ne, das, ich sag auch nicht, dass es gut ist, ja, dass bestimmte, sag ich mal, Gruppen insgesamt, ne, sag ich mal, statistisch benachteilig sind, ja, aber, das ist aus meiner Sicht genau der falsche Weg, an ihrer Ergebnisse, oder Errungenschaften, oder was sie leisten, ja, beurteilt werden, oder belohnt werden, sondern, anhand dessen, wer sie, also, ne, woher sie sind, also für Sachen, für Faktoren, für die sie selbst nichts können, ja, wir sind ja damit angeboren, wir sind ja in die, ja, in die Welt hineingeboren, so wie wir sind, ja, da dran können wir halt nun mal nichts ändern, wenn ich schwerbehindert bin, bin ich halt schwerbehindert, ja, ne, also, das als Kriterium zu nehmen, ja, das könnte ich auch sagen, hey, ne, ich gehe einfach, ne, auf chinesisches Dorf, hole da, ne, 30 behinderten Bauern, ja, die bei der Arbeit irgendwas verloren haben, und sage, hey, mein Projekt, ja, das macht eigentlich gar nichts, außer, dass ich, ne, 30 schwerbehinderten chinesischen Bauern, ähm, in meinem Projekt drin habe, und deswegen bekomme ich Geld dafür, ja, irgendwas zu schaffen, was kein Mensch benutzen will, ja, oder braucht in der Welt, aber dafür, ne, zwacke ich das Geld aus dem großen Topf ab, was eigentlich für Projekte viel besser investiert wäre, ja, die in der ganzen Kryptowelt das Ganze voranbringen, um letztendlich für die Menschen, auch für die armen Menschen, ja, etwas zu bewerkstelligen, das ist komplett aus meiner Sicht der falsche Weg, aber, naja, gut, die haben sich dafür entschieden, und das ist, äh, das Problem, äh, wenn man eine Organisation hat, ja, die, sag ich mal, gewisse politische Strömungen und sowas nicht entziehen kann, ich bin mir auch 100% sicher, dass bei Gipcoin vielleicht nicht alle der Meinung sind, ja, aber in der Vergangenheit, sie hat schon öfters mal solchen, zumal mit der Blue-Dau-Geschichte, habe ich auch selbst drüber berichtet, ja, haben sich schon damals schon so, sag ich mal, ja, Bewegungsrichtung gezeigt, dass die eben politisch eben nicht unbiased und neutral sind, und das ist einfach schade zu sehen, und, na, am Ende, der Spaß des Tages muss, äh, muss auf jeden Fall bleiben, und da ich ja große Katzen-Fan bin, und, äh, Liebhaber bin, ne, ihr seht ja hier ein schönes Katzen-Video, und, äh, das Katzen ist am Ende natürlich so schlau, dass es nicht diese 7 cm Schlitz benutzt hat, sondern sich selbst, äh, einen Weg gemacht hat, und, äh, lasse ich euch einfach mal da, und das war's auch schon heute, aus dem Computer-Kaffee, für euch, mein Name ist Gigi, ciao, ciao, ciao,